Der Reingabe jetzt, gut abgeblockt, Eriksen, er kann abwehren und Tor! Da wehrt er den Ball noch ab und dann kommt der nächste Schuss und der ist drin, unglücklich für den Torwart. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Da hat er super reagiert, ganz im Gegenteil.